In Wien lieb ich den Straßen und Gebäuden. Es ist alles ein bisschen charmant, eigenwillig und auf jeden Fall der Mix zwischen Klassik und Moderne. Ich bin Carola Breuer. Ich bin Schauspielerin und Gründerin des Blogs Vienna Wiebekind. Angefangen zum Blog habe ich vor fünf Jahren. Anfangs nur, ich habe ja Fotografie und Schauspiel studiert und wollte einfach ein Medium suchen, wo ich meine Fotos poste. Es war auch gar nicht so modelastig, hat sich erst in der Zeit entwickelt zu einem Modeblog und richtig Vollzeit und beruflich mache ich das jetzt circa zwei Jahre. Ich glaube, wenn man jetzt einen Blog starten möchte, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man was zu erzählen hat. Also einen Grund, warum man überhaupt bloggt. Das soll auf jeden Fall nicht wegen Geld oder irgendeinem Erfolg oder irgendwas sein. In erster Linie sollte man einfach Lust drauf haben, irgendwie was zu erzählen und vor allem eine Leidenschaft, jemand teilen will mit anderen. Das ist ganz wichtig. Ich habe mein Zuhause in fünf Wörtern beschrieben. Dürfte sein schwarz-weiß-grau, Holz und Liebe zum Detail. Zuhause bedeutet für mich eine Art Akkuladestation. Also ein Ort, wo ich mich wohl und beschützt fühle und Energie tanken kann. Mein Wohnstil bzw. auch mein Modestil ist sehr clean, reduziert, skandinavisch inspiriert und sehr aufgeräumt. Mein Lieblingsstück in meiner Wohnung ist auf jeden Fall die wachsende Bilderwand im Wohnzimmer. Wir kaufen bei jeder Reise, bei jedem Städtetrip ein Bild und geben das zur Wand. Also sie wächst so langsam einfach und es wird immer voller und schöner und ganz viele Erinnerungen. Ich glaube mein Interior-Tipp ist, dass man nicht zu viele Farben verwendet. Also ich schaue immer, dass ich auch in der Mode maximal drei, mit drei Farben arbeite. Das macht den Raum sehr homogen. Das ist ein ganz guter Tipp. Though 1997 aber